Im Rahmen von exponentiellem Wachstum wird hier eine typische Beispielaufgabe gezeigt, wo die wichtigsten Fragestellungen geklärt werden. Bevor wir gleich mit der Beispielaufgabe loslegen, will ich noch die wichtigsten Formeln kurz überfliegen. Das kann zur Erinnerung nicht schaden. Also, die Formel, die wir für die Wachstumsfunktion benutzen werden, ist die Formel in Verbindung mit der E-Funktion, weil das die wichtigste Formel für die Abiturprüfung ist. Und zur Erinnerung, so sieht sie vom Aufbau aus, also f von t ist gleich f von 0 mal e hoch k mal t, wobei natürlich f von 0 der sogenannte Anfangsbestand war und k die Wachstumskonstante. Zur Erinnerung, es gibt zwei Wachstumsprozesse, die uns interessieren, Zunahme und Abnahme oder Zerfall. Bei einem Zunahmeprozess ist die Wachstumskonstante immer größer als 0 oder positiv, bei einem Abnahmeprozess ist sie immer negativ. Außerdem gab es noch zwei wichtige Begriffe. Die Verdoppelungszeit, die auftreten kann. Die passende Formel dazu, sieht ihr hier eingeblendet. Also, tv ist gleich ln2 durch k und die Halbwertszeit. Die Formel lautet th ist gleich ln von 0,5 durch k oder alternativ kann man das auch als minus ln2 durch k angeben. Die zwei Formeln für die Verdoppelungs- und Halbwertszeit kann man sich natürlich auch sehr einfach jedes Mal herleiten. Ich werde hier allerdings die vorgefertigte Formel benutzen. Also, grundsätzlich brauchen wir aus dieser Zusammenfassung eventuell diese Formel, die ich hier mit rot eingekreist habe. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass die Grundlagen einigermaßen bekannt sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende in Abspann findet ihr auch ein Tutorial zu den Grundlagen von exponentiellem Wachstum. Und hier ist unsere Aufgabe. Ich werde gleich diese Aufgabenstellung überfliegen. Allerdings rate ich euch an dieser Stelle auf Pause zu drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen und versuchen zu verstehen. Und wenn ihr euch fragt, wieso die Aufgabe so viele Teilaufgaben besitzt, naja, ich habe versucht hier an dieser Stelle so gut wie möglich alle Fragestellungen einzubinden, damit ihr eine große Vielfalt habt. Und jetzt überfliege ich kurz die Aufgabenstellung. Im Jahre 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. 1980 waren es 4,5 Milliarden. Teilaufgabe A. Modelliere mit Hilfe dieser Daten das Bevölkerungswachstum durch exponentielles Wachstum. Teilaufgabe B. Bestimme die Verdoppelungszeit. Teilaufgabe C. Welche Prognose kann man für das Jahr 2050 stellen? Die D. Welche Bevölkerung hatte die Erde im Jahr 1930? E. Wie groß war die Wachstumsgeschwindigkeit im Jahr 2015? Und die letzte Teilaufgabe. Wann beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 0,21 Milliarden Menschen pro Jahr? Und wir fangen natürlich mit der Teilaufgabe A an. Um dieses Wachstumsprozess zu modellieren, brauchen wir selbstverständlich eine Formel, die wir auch am Anfang angeschaut haben. Hier nochmal rechts eingeblendet. Also F von T ist gleich F von 0 mal E hoch K mal T. In erster Reihe müssen wir diese Formel auf unser Sachverhalt beziehen. Das heißt, wir müssen identifizieren, was in dieser Aufgabenstellung T und F von T sind. T ist natürlich die Zeit im Jahr. Man kann ja sehr leicht erkennen, dass sich alles um diese Anzahl der Jahren dreht. Und F von T ist die Anzahl der Menschen im Milliarden. Um diese Formel vollständig zu bestimmen, braucht man eigentlich nur zwei Sachen. Einmal der sogenannte Anfangsbestand und einmal die Wachstumskonstante K. Mal sehen, was uns die Aufgabenstellung für den Anfang liefert. Da steht, im Jahre 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen. Wir merken schon anhand der Aufgabenstellung, dass das unser Startpunkt ist. Das bedeutet, T gleich 0 bedeutet für uns 1950. Also, wir könnten dann eigentlich schon sagen, dass F von 0 eigentlich 2,5 Milliarden Menschen sind. Außerdem kriegen wir noch die Information, dass 1980 4,5 Milliarden waren. In Bezug auf 1950 ist 1980 natürlich 30 Jahre später. Deshalb könnten wir noch hinschreiben, dass F von 30 gleich 4,5 sind. Und jetzt können wir diese zwei sogenannte Randbedingungen nutzen, um die fehlenden Sachen hier in der Formel zu bekommen. Das heißt, den Anfangsbestand kann ich ja gleich einsetzen. Also, wir können ja gleich sagen, F von T ist ja gleich 2,5 mal E hoch K mal T. Und die einzige unbekannte in unserer Formel ist diese Wachstumskonstante K. Dafür nutzen wir die zweite Randbedingung. Das heißt, für T werden wir natürlich 30 einsetzen und für F von T die Anzahl der Menschen also 4,5. Entsprechend haben wir dann 4,5 ist gleich 2,5 mal E hoch K mal 30. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach nach K umzuformen. Wir fangen an, indem wir die 2,5 erstmal überbringen. Also, wir teilen die ganze Gleichung durch 2,5. Ich schreibe dann jetzt hier auf der rechten Seite weiter. Und dann haben wir 4,5 geteilt durch 2,5. Das sind dann im Taschenrechner eingegeben 9 Fünftel. Ist gleich E hoch K mal 30. Um an das K ranzukommen, die E-Funktion wegzubekommen, muss man natürlich logarithmieren. Das tun wir auf beide Seiten. Entsprechend haben wir dann einfach Ln von 9 Fünftel. Ist gleich K mal 30. Und im letzten Schritt teilen wir einfach noch durch 30. Und damit haben wir für K Ln von 9 Fünftel. Und das Ganze geteilt durch 30. Das könnt ihr natürlich nur mit Hilfe eines Taschenrechners ausrechnen. Das habe ich auch gemacht. Habe es im Taschenrechner eingetippt. Und mein Ergebnis war ungefähr 0,02. Also dadurch haben wir jetzt praktisch unsere Wachstumskonstante und wir können die Funktionsgleichung aufstellen. Die lautet dann F von T ist gleich, also F von 0 war ja 2,5. Dann haben wir E hoch 0,02 mal T. Die nächste Fragestellung, bestimme die Verdoppelungszeit, ist eine sehr kurze, wenn man die Formel benutzt. Zur Erinnerung, für die Verdoppelungszeit hatten wir die rechts eingeblendete Formel, also Ln2 durch K. Das heißt für uns, das Einzige, was wir machen müssen, ist in diese Formel einzusetzen und das Ganze in den Taschenrechner einzutippen. Also, die Verdoppelungszeit wäre dann Ln2 geteilt durch 0,02 und auch das habe ich natürlich in den Taschenrechner eingetippt. Raus kam ungefähr 34,66. Also, als passender Antwortsatz dazu könnten wir sagen, die Verdoppelungszeit beträgt ca. 34,66 Jahre. Die Teilaufgabe C will von uns wissen, welche Prognose wir für das Jahr 2050 stellen können. Zur Erinnerung, das war unsere Funktionsgleichung, die wir vorher bestimmt haben. Und natürlich brauchen wir die, um diese Frage zu beantworten. In erster Reihe, 2050 ist in Bezug auf unser Startjahr 1950 natürlich 100 Jahre später. Das bedeutet, für uns, für T, müssen wir einfach 100 hier einsetzen. Also, wir berechnen sozusagen F von 100. Das heißt 2,5 mal E hoch 0,02 mal 100. Und das kann man natürlich auch nur mit Hilfe eines Taschenrechners machen. Habe ich auch gemacht. Raus kommen tut ungefähr 18,47. Also, das bedeutet, im Jahr 2050 wird die Erde eine Bevölkerung von ca. 18,47 Milliarden Menschen haben. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle, die auch wichtig sein könnte im Zusammenhang mit solchen Fragestellungen. Natürlich entspricht dieser Wert nicht wirklich der Realität. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich unsere Weltbevölkerung zu jetzigem Zeitpunkt genauso entwickelt wie zwischen 1950 und 1980. Zum Beispiel unerwartete Kriege, Hungernot, Pandemien oder Naturkatastrophen könnten diese Zahl ziemlich schnell nach unten korrigieren. Die nächste Fragestellung, und zwar, welche Bevölkerung hatte die Erde im Jahr 1930, bringt uns in Bezug auf unser Startzeitpunkt 1950 eigentlich in die Vergangenheit. Und ja, das ist auch möglich. Das bedeutet, in Bezug auf 1950 ist 1930 einfach 20 Jahre früher. Das heißt für uns, in die obere Funktion, für unser Wachstumsprozess, müssen wir einfach minus 20 einsetzen. Also wir berechnen f von minus 20 und das wäre dann 2,5 mal e hoch 0,02 mal minus 20. Und wenn ihr das jetzt auch in den Taschenrechner eintippt, wird 1,68 rauskommen. Das heißt, im Jahr 1930 hatte die Erde eine Bevölkerung von ca. 1,68 Milliarden Menschen. Die Teilaufgabe E will von uns wissen, wie groß die Wachstumsgeschwindigkeit im Jahr 2015 war. Ihr kennt schon anhand der Fragestellung, hier handelt es sich nicht mehr um die Anzahl der Menschen, sondern es geht um diese Wachstumsgeschwindigkeit. Und deshalb muss doch klar sein, was damit eigentlich gemeint ist. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist das gleiche wie die momentane Änderungsrate oder die Ableitung der Wachstumsfunktion. Deshalb halten wir das kurz hier fest. Also damit ist die Ableitung gemeint. Und für uns heißt es an dieser Stelle, wir nehmen erstmal unsere Wachstumsfunktion f von t und leiten es ab. Also f' von t ist gleich. Zur Erinnerung, bei einer E-Funktion war das ganz einfach. Die Ableitung des Exponenten oder der Hochzahl, 0,02 wäre das, wird nach vorne gebracht und mit der 2,5 multipliziert. Entsprechend haben wir dann 0,05 und die E-Funktion wird natürlich unverändert abgeschrieben. Dann wollen wir praktisch die Wachstumsgeschwindigkeit im Jahr 2015 wissen. In Bezug auf 1950 sind das 65 Jahre später. Also das heißt, für t setzen wir jetzt einfach nur 65 ein. Entsprechend haben wir dann 0,05 mal E hoch 0,02 mal 65. Und das können wir natürlich wieder alles im Taschenrechner eintippen. Habe ich auch gemacht. Es kommt 0,18 raus. Also, ein passender Antwortsatz dazu könnte dann lauten, die Wachstumsgeschwindigkeit beträgt im Jahr 2015 ca. 0,18 Milliarden Menschen pro Jahr. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Achtet bitte auf die Einheit der Wachstumsgeschwindigkeit. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist eine momentane Änderungsrate. Deshalb diese Einheit Milliarden Menschen pro Jahr. Und wir sind jetzt endlich bei unserer letzten Teilaufgabe. Wann beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 0,21 Milliarden Menschen pro Jahr? Bei dieser Fragestellung ist die Wachstumsgeschwindigkeit gegeben mit 0,21 und wir müssen das Jahr herausfinden. Natürlich benutzen wir erneut die Ableitung. Nur diesmal haben wir den Wert für die Ableitung. Deshalb statt f' von t setzen wir jetzt in dieser Formel die 0,21. Und auf der rechten Seite schreibe ich natürlich einfach die Gleichung unverändert ab. 0,02 mal t. Und diesmal müssen wir nach t umformen. Und das machen wir hier, indem wir zuerst die 0,05 rüberbringen. Also auf der linken Seite haben wir dann 0,21 geteilt durch 0,05 ist gleich e hoch 0,02 mal t. Dann muss die E-Funktion weg. Also logarithmieren. Und die Rechnung führ ich jetzt hier rechts weiter. Wir haben dann auf der linken Seite ln von 0,21 durch 0,05 sind gleich 0,02 t. Natürlich könnt ihr diesen Logarithmus hier auf der linken Seite auch ausrechnen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe erst alles am Ende in den Taschenrechner eingetippt. Ist egal wie man es macht. Das heißt im letzten Schritt bringen wir noch die 0,02 mit geteilt rüber. Somit haben wir für t dann, und das habe ich selbstverständlich auch in den Taschenrechner eingetippt, 71,75. Und ein passender Antwortsatz könnte dann lauten, irgendwann im Jahr 2021 wird die Wachstumsgeschwindigkeit 0,21 Milliarden Menschen pro Jahr betragen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Thema könnt ihr euch natürlich auch beschränktes Wachstum interessieren oder Verdoppelungs- und Halbwertszeit. Sowie Differentialgleichungen im Zusammenhang mit exponentielles unbeschränktes Wachstum und logistisches Wachstum. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.